Die Top-Spiele in den großen Stadien zu spielen, ist für uns, glaube ich, einfach was Besonderes und macht, glaube ich, jeder Spielerin auch einfach Spaß, vor allem eben, wenn dann auch so viele Zuschauer da sind. Das haben wir ja letzte Saison dann auch schon in Wolfsburg und in Frankfurt erlebt. Und ja, es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn dann auch so viele Zuschauer da sind. Wir müssen uns in unserer Böbel bleiben und wir vorbereiten uns für ein Spiel, wenn es in der Allianz Arena ist oder wenn es in Essen ist oder in wo auch immer. Das ist das Gleiche. Wir spielen das Spiel, wir müssen das Spiel spielen und nicht das Spiel spielen. Also wir fokussieren uns auf unsere Aufgabe und wie wir das Fußballspiel spielen. Ja, richtig guter Gegner, ja, haben jetzt unter der Woche ja ein Spiel gehabt, was sie gewonnen haben. Ich glaube, wir sind da auch gut drauf, haben vielleicht am Anfang ein paar Schwierigkeiten gehabt. Ja, aber Frankfurt ist immer sehr gefährlich und ja, da müssen wir einfach gewartet sein. Ja, auf die Offensivstärke, sehr schnell vorne und ja, ich glaube, wir sind gut drauf und freuen uns einfach riesig aufs Spiel. Ich glaube, es ist immer eine Ehre, wenn man im großen Stadion spielen darf und natürlich umso schöner, dass dann ja schon so viele Tickets verkauft sind und natürlich hoffen wir, dass es uns dann nochmal einen extra Push gibt.